Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Herr, du siehst, wo unsere Seele heute Morgen ist. Mach du alle Stimmen still, die uns ablenken wollen. Und rede du zu uns dein heilsames Wort. Amen. Wer bekommt nicht gerne ein Lob zugesprochen? Manchmal dürstet man ja regelrecht danach, hofft, dass jemand das sieht, wo man sich Mühe gibt, wo man was Gutes tut. Ist immer nicht so leicht. Das ist was grundsätzlich Positives. Ich habe mal nach Sprichwörtern gesucht, die nicht in der Bibel stehen. Ganz grundlegend wird da gesagt, wird man für seine Mühe kein Lob bekommen, wird einem die Lust und der Anreiz genommen. Also das ist fast so wichtig wie das Essen, dass man eine Motivation bekommt, dass man weiß, dass was man macht, dass das Gute ist, gewollt ist. Lob hilft sehr schwere Lasten zu tragen. Wenn die Motivation stimmt, ist es ja oft so, dass wenn Leute unter der Arbeit zusammenbrechen, dass es meistens der Sinn ist, der fehlt und nicht die Menge an Arbeit. Aber natürlich ist es auch so, man kann Lob auch als ein Schwert gegen jemanden verwenden. Zum Beispiel unverdientes Lob ist verkleideter Spott. Wenn beide das wissen, wird es verdreht. Aber auch natürlich, wehe mir, wenn alle Menschen mich lobten. Man kann nicht von allen anerkannt sein, die Sucht nach Lob, die ist auch was Gefährliches. Aber wir sind auch angehalten, andere zu loben, wenn es angemessen ist eben. Wenn es fürs Loben Kontoauszüge gäbe, ständen viele Leute dauernd im Minus, vor allem die Ehemänner sozusagen. Lob ist wichtig für die Motivation, aber eben es kann auch Kritik geübt werden. Was auf jeden Fall niemals sein kann, ist, dass wir Gott zu viel loben. Und das sollen wir, das ist unser Auftrag. Und das Wort Gottes kommt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, zwei kurze Verse, die uns dazu auffordern. So lasst uns nun durch Jesus, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solcher Opfer gefallen Gott. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Ich möchte die Predigt überschreiben und einteilen. Du bist überreich beschenkt. Und darum sollst du erstens Gott loben, zweitens Gutes tun, drittens mit anderen teilen. Motivation brauchen wir, das Lob, das ist ganz klar, danach dursten wir. Ich habe ein Buch geschrieben, eine Doktorarbeit und das war ein ewiges Projekt mit vielen Jahren dran gearbeitet. Und da gibt es oft Momente, wo man so verzweifeln könnte und denkt, schaffe ich das überhaupt? Und nachdem ich das erste Kapitel geschrieben habe, davor hat man natürlich viel gelesen, in diesen Archiven geforscht und dann als das erste geschrieben war, habe ich das zum Professor hingebracht und der las es dann und sagte, ja gut, machen Sie weiter so. Da habe ich oft gestrahlt und Motivation bekommen, weiterzumachen. Wir sollen allerdings Gott loben. Und loben heißt, wir sprechen das aus, was jemand gut gemacht hat, ist, wo er gut ist, wo wir uns freuen, dass es ihn gibt, das, was eben zu loben ist. Und das ist bei Gott, dass er der Schöpfer ist. Wenn wir durch unsere wunderbare Natur gehen, hier durch unsere Wälder, dass wir nicht nur darüber staunen, sondern dass wir den sehen, der dahinter steht, der das alles gemacht hat. Vater im Himmel, du hast das so herrlich gemacht, dafür sei dir Lob und Preis. Und dieses Gott loben, das ist der Grundvollzug des christlichen Glaubens, des Gebetes und auch aller christlicher Lieder. Also die fangen meistens mit dem Lob Gottes an. Das gebührt sich so, das war früher bei den Königen auch so, dass sie erst mal ihre guten Taten gepriesen waren. Bei Gott stimmt es auf jeden Fall, bei den Menschen manchmal. Und heute feiern wir hier Erntedank. Und wenn wir sehen, was gewachsen ist, dann können wir Gott nur loben, dass wir überreich gesättigt sind. Wer von euch isst gerne Äpfel? Also meine Kinder auf jeden Fall. Ich auch sozusagen, ich muss immer jede Woche auf dem Markt so einen Sack Beutel voller Äpfel kaufen. Und die werden dann zu Mittwoch hin immer schon knapp. Am Donnerstag warten wir dann immer schon, dass die guten Äpfel aus der Oberlausitz kommen, glaube ich. Da ist so ein Stand. Und diesmal war ich da und da warten wir es noch so ganz wenig. Ich habe fast alles reingeschaufelt. Und da dachte ich schon, es gab ja diesen Frost im April, ihr erinnert euch, wo es hier geschneit hat. Und da dachte ich schon, oh die Äpfel werden knapp. Und da sagt die Verkäuferin, da hätte ich doch mal eine Kiste mehr eingepackt. Hier in Altenberg kaufen wir die Leute immer alles weg. Also es liegt nicht daran, dass keine Äpfel gewachsen sind, sondern im Bundeserntebericht steht, 75% der Äpfel konnten geerntet werden. Immer noch trotz des, wo man sagt, oh Totalausfall und so. Also drei von vier Äpfeln sind trotzdem gewachsen. Und wir können nach Herzenslust Äpfel kaufen und haben sie auf dem Tisch. Und früher war das so, in anderen Jahren, das kennt man ja, wenn man nur die eigenen Äpfel hat, aller paar Jahre setzen die Äpfelbäume aus, dann gab es halt mal ein Jahr keine Äpfel. Die Menschen haben auch gelebt. Dafür können wir Gott loben und danken. Gott loben, das heißt, dass man eben den Wert einer Sache entdeckt, die man vielleicht sonst für alltäglich abtut. Am Donnerstag war ich auf einer Beerdigung und danach noch beim Trauercafé. Und da erzählte mir jemand, da hatte ich einen Tischnachbarn, dass er 90 Jahre ist, war ich erst überrascht, das sah viel jünger aus. Und er erzählte, dass er aus Schlesien stammt und 1945 hat die SS sie aus dem Dorf rausgeworfen, sie evakuiert. Und dann sind sie mit dem Leiterwagen auf Flucht gegangen, erst über Böhmen, dann sind sie nach Pillnitz gekommen, dann haben sie versucht in den Westen zu kommen und sie waren über ein Jahr unterwegs vor der Zonengrenze. Da haben die Russen sie abgefangen, haben gesagt, ihr müsst zurück nach Schlesien. Und dann sind sie zurück in Görlitz, haben sie mehrere Wochen gewartet, bis die Polen gesagt haben, nee, er kommt hier nicht rein. Und dann sind sie irgendwann in Börnchen gelandet. Das ist bei Liebenau, zwischen Liebenau und Glashütte da, ein kleines, kleines Dorf. Und da gab es einen Gasthof und da erzählte er, und da habe ich meine erste Nudelsuppe seit einem Jahr bekommen. Und da war die Freude noch so richtig drin, wie als ob es gestern gewesen wäre. Und da erzählte er, und das war der Großvater von dem Wirt, der heute noch hier ist. Wir saßen in demselben Gebäude drin. Und dass wir da Gott loben und danken uns, ja gerade für so Kleinigkeiten, die machen das Leben wertvoll. Gott ist der Schöpfer und unser Ernährer, Erhalter, aber er ist eben auch der Erlöser dieser Welt. Und das feiert die christliche Gemeinde ja das ganze Jahr über, Weihnachten und Ostern besonders. Nämlich, dass Gott, wir loben Gott dafür, dass er Jesus Christus in diese Welt geschickt hat. Und dass wir dadurch Versöhnung haben, das sollen wir auch, wenn wir schon lange Jahre Christen sind, nicht als selbstverständlich nehmen, sondern uns immer wieder darüber freuen. Und der Hebräerbrief ermahnt uns eben, so lasst uns nun durch Jesus Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist der Name Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das Zentrum ist Jesus, Jesus Christus. Jesus ist der Messias. Das ist das Bekenntnis, was wir bringen sollen. Und das müssen wir immer wieder durchkauen und nicht sagen, das habe ich schon in der Kinderkirche im Christenlehre gelernt. Das ist was für Anfänger. Nein, das ist immer wieder was, worüber wir uns freuen sollen und das durchbuchstabieren sollen. Loben kann ja auch wirklich sehr schwierig sein. Stellt euch vor, da ist jemand auf Arbeit oder so, der es richtig was gegen euch hat und der schlechte Dinge über euch erzählt, der euch richtig mies macht vor anderen. Und das hat vielleicht jeder schon mal erlebt, das tut richtig weh. Das ist ein Stich ins Herz. Und stellt euch dann vor, ihr kriegt dann den Auftrag, ihr müsst den loben vor der ganzen versammelten Mannschaft. ihn, also eine Laudatio über ihn halten, da würde sich doch alles in uns sträuben und sagen, nee, das kann nicht sein, das wäre Unrecht. Selbst wenn der jetzt gute Arbeit geleistet hätte, wenn wir wissen, der hat uns schlecht gemacht, würde das fast eine übermenschliche Aufgabe sein, denjenigen zu loben. Das würden wir nicht hinbekommen oder nur unter größten Widerständen. Und das Verrückte ist, die Bibel ist überzeugt, dass es Gott mit uns so geht. Dass jedes Mal, wenn wir gegen seine heiligen Gebote verstoßen, sei es, dass wir lügen über andere lästern, wenn wir uns das Eigentum anderer irgendwie auf krummen Wegen einverleiben, wenn wir unseren Nächsten nicht lieben, wenn wir Gott die Ehre nehmen, dass es so ein Stich ins Herzen Gottes ist. Dass mit der Sünde nicht zu spaßen ist. Wir Menschen sind ja gut darin, das immer zu erklären, wenn wir das tun, oder wenn andere das machen, zeigen wir mit den Fingern drauf. Wir sollten eigentlich Kinder Gottes sein, die er lobt. Aber es gibt genug Grund, dass Gott uns nicht lobt. Paulus schreibt es ja, ich übersetze es mal, er sagt, das Problem des Menschen ist, dass Gott uns nicht loben kann wegen unserer Taten. In Luther Deutsch, alle ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das ist die Realität. Die Bibel ist überzeugt, dass alle meine Fehler, wo ich Sünde auf mich geladen habe, dass die wie in den Klassenbucheintrag kommen. Erinnert ihr euch vielleicht noch von früher, da standen die drin und dann, weiß ich noch, gab es Verweise und Klassenlehrer und Schulleiterverweise. Ich hoffe, es hat niemand so weit gebracht, dass er von der Schule geflogen ist. Aber das war ja immer so das Höchste. Bei Gott ist es so, dass die gesammelt werden und die werden nicht gelöscht, sondern die sammeln sich vom ganzen Leben. Und wir selber können sie nicht löschen, nicht durch unsere guten Taten, nicht durch die Tage, wo es gut lief, sondern allein durch Jesus Christus, weil er am Kreuz gestorben ist und gelitten hat, das, was ich eigentlich hätte erleiden sollen. Das können wir dort eintauschen. Das ist die Vergebung. Die sollen wir persönlich annehmen. Hast du das schon mal gemacht? In einem Gebet, Jesus Christus wirklich dafür gedankt, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünden? Herr, ich habe viel falsch gemacht. Bitte vergib mir. Danke, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich nehme ihn als Chef in meinem Leben an. So könnte es zum Beispiel lauten. Und wenn du das gemacht hast, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser hast, dann lobe ihn dafür, weil das das Zentrum ist, dass wir mit Gott versöhnt sind. Dafür sollen wir ihn loben, in seinem Namen. Erstens, du sollst Gott loben. Und zweitens, du sollst Gutes tun. Der Präerbrief ermahnt uns, Gutes zu tun. Das vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Wir sollen nicht Gutes tun, damit Gott uns lieb hat. Das ist immer wieder wichtig zu betonen. Sondern Gott hat dir Gutes getan. Indem er dich geschaffen hat, indem er dich ernährt, indem er in Jesus Christus das Angebot der Versöhnung gemacht hat. Die Supermarktregale sind voll und ich kann mir ein bisschen was davon leisten. Reicht ja auch schon. Nicht den ganzen Supermarkt. Und deswegen darfst du Gutes tun. Und da kommt natürlich sofort der Einwand, ja, es wäre so viel Gutes in der Welt nötig, das kann ich gar nicht schaffen. Und dann zieht man die Schlussfolgerung draus, dann kann ich auch nichts Gutes tun. Aber das stimmt eben nicht. Die gute Nachricht ist, du musst nichts Gutes tun. Du musst nichts Gutes tun, um Gott zu versöhnen. Das hat Jesus Christus getan. Sondern du darfst Gutes tun. Wir sind alle eingespannt in Arbeit, Haushalt, Familie. Wer Rentner ist, hat noch mehr Termine. Das sind die Zwänge des Alltags. Das ist so. Aber jeder hat die Möglichkeit, sich für eine bestimmte Sache einen Freiraum zu schaffen. Sich Zeit zu nehmen. Und ganz bewusst zu sagen, hier mache ich eine gute Tat aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Und durch diese eine gute Tat will ich was in diese Welt zurückgeben. Und das reicht schon. Das ist das, wozu Gott uns aufruft. Ich durfte, wie gesagt, dieses Buch schreiben. Habe da viele, viele Tage, Wochen, Monate in der Bibliothek sitzen können. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich hatte damals einen afrikanischen Kollegen. Der kam aus Tansania. Und der hat sich das auch bemüht. Das war für den natürlich alles viel schwieriger. Und ich stehe noch mit ihm in Kontakt. Jetzt ist er wieder zurück in Afrika. Und kriegt jetzt die Möglichkeit, in einer Konferenz hier teilzunehmen. Und 14 Tage darum, auch in Deutschland zu sein. Da hat er mich gebeten, und ob ich ihm eine Unterkunft organisieren kann. Und das mache ich natürlich aus Dankbarkeit dafür, was Gott mir schon geschenkt hat. Dann will ich das doch auch ihm wenigstens ein paar Tage ermöglichen. Nicht aus Zwang, sondern aus Freude, was Gott mir geschenkt hat. Erstens, du sollst Gott loben. Zweitens, du sollst Gutes tun. Und drittens, du sollst teilen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Das klassische Beispiel ist, man ist auf einer Wanderung und jemand anders hat seine Brotbüchse vergessen, liegen gelassen. Da ist das ganz praktisch zu sagen, ich habe hier eine volle Brotbüchse. Den Schulkindern sage ich das auch immer, dann kannst du teilen. Oder wenn du etwas hast, was andere nicht haben, sei es Schokolade, dann gib doch auch ab. Aus Dankbarkeit. Als Erwachsene, da können wir am leichtesten Geld teilen. Das ist in unserer Zivilisation so vorgesehen, dass wir darüber kommunizieren. Das ist universal einsetzbar. Und natürlich gibt es da den Einwand, ich habe so wenig Geld, ich kann nichts abgeben, es ist alles so teuer. Gott schreibt dir nicht vor, wie viel du abgeben sollst. Im Alten Testament gibt es den Zehnten, das ist eine gute Regel, aber es ist kein Gesetz, sondern Gott will, dass wir es aus Dankbarkeit geben und Gutes damit bewirken. Lieber weniger und regelmäßig geben, das bewirkt viel und es liegt ein großer Segen darauf. Jeder kann einen Beitrag spenden, wer mehr hat, kann mehr geben. Aus Dankbarkeit. Dauerauftrag ist eine gute Sache, weil ich mich da nicht jedes Mal dazu erinnern, überwinden muss. In Deutschland können wir es sogar von der Steuer absetzen. Viele Zwecke, die wir unterstützen können. Jeder soll sich selbst fragen, wo habe ich eigentlich genug, dass ich mit anderen teilen kann. Und auch, was ihr gebt, was ihr unterstützt, da seid ihr ja frei darin, das auszusuchen. Hier im Ort hatte jemand Geburtstag und er hat gesagt, war schon höherer Geburtstag, gesagt, ich habe doch schon alles und hat seine Gäste aufgefordert, hier für die Kapelle, den Friedhof und die Kirchgemeindestube zu spenden. Und da sind 1650 Euro zusammengekommen. Ein Betrag, der natürlich ein großer Segen ist. Wir können von dem Geld, also ein Drittel geht hier für die Kapelle, gleich die Sanierung. Hier im Altarbereich kann ich gleich einen Auftrag erstellen, dass der Schimmel, der da immer mal durchkommt, wieder beseitigt wird. Wichtig ist, wir sollen als Christen dafür sorgen, dass die Botschaft von Jesus weiter verbreitet wird, das unterstützen und dass Menschen Liebe erfahren. Diakonie könnte man sagen, dass ihnen geholfen wird. Daran sollen wir uns orientieren und da mit anderen teilen. Die Christen, also am Anfang, haben wirklich auch in den Gottesdiensten, wie auch wir, Geld gesammelt und haben dann mit dem Teil praktisch gleich die Armen unterstützt. Das machen wir heute über Organisation oder ein bisschen auf Umwegen, aber im Prinzip hat sich das nicht geändert. So lasst uns nun durch Jesus Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Amen.